ja servus zurück zu meinen let's play zivilisation 5 brave new world und der hammer ist ja ich habe das spiel schon so viele jahre und erst jetzt habe ich alles freigeschaltet an bonusmaterial im dlc shop wo korea mit bei ist und babylon und 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 wirklich sehr interessant und das gibt dem spiel auch noch mal völlig neue anreize so weil da auch maps mit bei sind und und so was vielleicht werde ich mal noch ein kleines special über diese sache machen aber jetzt sind wir erst mal in der partie immer noch washington spielen wir und was kann von den schulen gestohlen werden das höre ich ja gerne wo die schulen schon wohnen und erst mal herzliches dankeschön für fürs treue zuschauen solltet ihr die serie von anfang an verfolgt haben und auch noch interessant finden das würde mich natürlich freuen so ich sehe gerade da ist ja mal öl dazu gekommen das bedeutet schnell ein arbeitsboot weil das öl können wir nämlich verdammt gut gebrauchen ich hoffe wir haben hier noch mehr ölquellen da ist eine noch bei sansibar und da kommen wir nicht ran ach ja da ist ja noch die 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 letzte sulu stadt ja die muss natürlich auch gleich noch weggearbeitet werden aber hier hätten wir noch eine chance auf öl müssen wir aber warten weil das sind alles marionetten staaten die habe ich ja gar nicht übernommen macht aber nichts ist hier und noch was leider nicht ja ja wo man gucken im moment ist das die einzige quelle an der ich herankomme okay gehen wir mal weiter ja da ist ja noch ein zu land genau das soll ich dachte eigentlich habe den schon weg gepustet aber ich habe jetzt auch einige tage pausiert so dass ich das schon wieder vergessen habe weil ich habe natürlich wo ich das bonus material freigeschaltet habe habe ich natürlich erst mal andere partien gespielt wollte ich erst mal gucken als erstes wollte ich die harald blauzahn dänemark das ist natürlich die wikinger spielen das natürlich sehr geil aber ich freue mich natürlich auch diese partie weiter spielen zu können wie gesagt ich bin ich bin da völlig autark was meine zuschauer anbelangt also auf zivilisation hab ich immer bock so wollen wir gucken äh ja da wollen wir erst mal einen salut schießen jawoll ein bisschen was gekostet aber egal was haben wir hier ach so warum doch mal mit vogelgrippe hier loslegen ja und ich sehe schon dass ich mich also wenn ich das hier so sehe will der japaner krieg das ist für mich eindeutig das ist für mich eindeutig da müssen wir natürlich paar Rudi bieten so kaufen wir hier mal was schickes nach da dürfen wir natürlich nicht ins hintertreffen geraten der krieg mit japan ist schon ja abgezeichnet ich werde auf jeden fall noch marine aufbauen müssen ich habe viel zu wenig kriegsschiffe sehe ich was ist da rausgegangen der geheime pläne gegen shaka ist gut weil shaka ist nämlich bald geschichte so so den befördern wir auch mal hier rüber ja hier müssen mehr kriegsschiffe her und zwar frikanten die sind teilweise sogar besser als die panzerschiffe weil man da auch in die städte mit reinhauen kann kann ich mir goldtechnisch erlauben dann machen wir das auch so so karabahnenhof nehmen wir da mal so das müsste aber eigentlich reichen nach dem was ich hier stehen habe müsste eigentlich reichen noch bamba alles klar teodora teodora so ach so ja ich brauche ja auch noch die passende technologie dafür so sieht es aus da der befreier ist da ihr braucht nicht rumschreien ich mache das schon so ein schiff fragt sich noch wie lange so was ist hier los ach so der blab mal da drin der blab mal da drin na ja noch habe ich ja keinen krieg mit dem aber das ist nur eine frage der zeit das ist ganz eindeutig der blab mal da drin der blab mal da drin der blab mal da drin weg auch gut aus krieg führen und museen baum das ist der ausgleich so viel tuk 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 so ich will after eight verschlechtert schon die mag sie nicht ja auch ganz schönes imperium hier unten haben die nicht schlecht aber meins wird auch wachsen wenn erst mal der schacker sich ausgeschöpft hat hinter 40 ist er auch noch auch mal hier runter ok weiter Das ist ja ... Das ist ja eine Bombefrachter. Ja, Karawanenhöfe noch mal ganz gut. So, 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 so. Bobamba, jetzt ist es aber langsam. Jetzt ist es aber langsam Schluss. Jawohl. Ja, hat sich ausgepahnt. So, Marionette erstellen. Damit ist der Zulu erledigt. Das ist ganz gut. Dann kann ich nämlich... ...meine Kräfte langsam Richtung Japan verlegen. Lass sich da nicht stehen. Bleiben da stehen. Naja, eindeutig auf mich abgesehen. Da gibt es gar keine Frage. Das wird ein ganz schönes Gemetzel geben erst mal hier. So, Einheit befördern. Ach so. Der kommt auch mal hier runter. Aber ich muss mal genau wissen, wie viel er da hat. Ich habe hier eine... ...gar keine Pferde-Einheit, ne? Das ändern wir noch. Das ändern wir noch. Hm. Ja. Ah, der Pole guckt hier auch rum, was hier los ist. So. So. Die kann nicht alle mal nach unten ziehen, der bleibt erstmal hier. Der bleibt mal hier, wacht ein bisschen in die Küsten, den schicke ich mal hier runter. Ja, wacht er da, oder willst du Theodora angreifen, ich bin es noch, oder? Ah, da sind bestimmt noch mehr Einheiten, die er hier gar nicht zeigt. Was ist das? Was ist das? Der Schreckliche von Polen, ja. Ja, so langsam schwinden meine Freunde hier auf der Karte. Aber das ist ganz normal. Du brauchst nur eine mächtige Armee haben und schon hat es sich erledigt mit Freundschaft. Panzerschiff. Oh, ja. 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 damit die Kasse auch immer knicker wird.